die für den next battle er was geht ab hier ist er hat den abmacher und ich habe ein neues Mikrofon ich stehne erneut links 300 Prozent von Sennheiser oder der Bayer-Demalige genau es ist Bayer-Dynamik und Perfekt er sagt er muss gleich geht doch gut es kann wieder gut das wollte ich machen ok er spielt ein bisschen rum ein bisschen herumspielen geht immer und Perfekt der tut so viel rumspielen der Hoh-Wang er ist eh schon ein bisschen dizzy mit seinen Vögel ok eine Runde noch ich darf mir ein bisschen anspielen erstmal aber oh da ist er geklatscht und mein Kommen hat es nicht geklappt dafür mein Konter ok erster Kampf easy nicht die Hürde gleich aber jetzt kommen es alle später ok sehr schöner Kombo ah Standard-Kombo schon bei mir das habe ich so oft gezeigt schon ich habe schon lange kein Mikro hier gespielen gesprochen meine ich aber das macht ja nichts au au es war jetzt guter Tritt und ähm Graven er hat schönen Tritt gemacht oh komm nicht gut gemacht jetzt probieren ok was so schnell ok 2 zu 1 ähm 0 der hat noch gar nicht gewonnen ja was soll der Scheiße denn au sehr guter Angriff schnell und angetäuscht ist das ein bisschen weil der Dingmann der würde ähm unten angreifen ah miss ok jetzt macht es geklappt gut ja weil der Gegner mehr am Boden war dann kann ich ähm besser angreifen mit dem Angriff mit der Länge am Boden bleibst ok AD was hältst du drauf mit der Scheiße Ellbogenehmer Dein Ellbogenehmer aber er macht es nicht so gar nicht ah ganz nur mit dem Hingegbogen an was soll das ahhh alles kaputt ah na gut der ergänzt sich wieder die Asuka aber kann ja auch nicht mehr machen ah ja ok meine Ankerin gehen immer daneben ok 1-1 wir sind wieder der Revanche ja klar hab ich gewonnen mann was für eine Spülung steht sich da ja ah Mist 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 ok der war gut der auch der auch so was soll auch der Geldplatz uh muss ich aufpassen hätte er der dritte mich jetzt erst noch getroffen wäre ich Karo gewesen weil er zieht ganz schön wir ab ist auch mit der Hingegbogen hat ein Angriff der Tunde immer im Fing mit der Fersen oh das war mittlerer Parktrick ah nicht getroffen wir sind nicht in Tekken 1 Tekken 1 trefft er mich wenn er so springen würde aber Tekken 5 ist nicht Tekken 1 das heißt dass ich jetzt muss ich gleich gegen alle Legende antreten aber es war ein bisschen cool hier komm 1,2 hoch eben nichts ok dann immerhin nur das 5-fach ready for the next battle ah ja ich kann eher als kaufen auch wenn das Geld ähm das Geld ist halt da wie wir jetzt halten weil bei Tekken Tag 2 habe ich über 200 Millionen und da habe ich es bis jetzt nur noch nur ein paar 1 Millionen oder so gekriegt gespart habe ich mir kaum was gekauft im Spiel bei Tekken Tag 2 jede Menge und Tekken 7 sowieso das war's ach das war's das war's das war's keine gute angreifen ok wieder oh KONTER hat nicht geklappt also also muss man mal ein bisschen aufpassen denn ich konnte nicht KONTER jetzt klappt schon wieder der Trick haha das ist das klappt so gut wie nie eigentlich ah da doch da doch was willst du ah hu dachte der kann mich noch so treffen da treffe ich halt so oh ok ok kein Problem au oh so schnell kann er machen so schnell kann er den Angriff einsetzen ok hohen Angriff armee oh hahaha das war knapp ich treffe ihn einfach nichts und dann denk mal ich würde noch voll verlieren aber nicht mit mehr Emotsmann kann er wieder mal verbessern und den Biedermaster wieder aushängen ja ach der Mist wieder au in der Kelle auf dem Zaum gehängt und feiern am Boden erstmal hu 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 dachte der kann mich noch so treffen ganz knapp war das ok Kampfer werden immer spannender ja ich wollte eigentlich nicht so oft sprechen aber ja weil ich mich ähm mehr konzentrieren wollte da ne aber die ersten Kampfer kann ich das auch machen eigentlich aber ein bisschen sprechen kann ich ja mit euch leuten nein ok herausgeholt wie nein 2-2 und Summersol oh was da kann Summersol dann eben halt Flashgag ha doch nicht mein Freund 1 ok das ist eine coole Taktik anrennen und den Beinpicker weil der ist sehr sehr schnell die man ja das Problem ist auch der fällt ja auch immer drauf rein dumme PCO ok Tekkenlords der ist ja schon den ersten Platz ich kaps drauf ne aber ich ich befürchte der ist kein steiler Tekkenlords ein unterern Tekkenlords praktisch da ist schon Darklords Darklords ähm viel Gefängnis ja ok komm noch hat's geklappt wuuu 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 uuuu uuuh uuuuuh uuuuuh gar nicht treffen, aber egal. Okay, her bitte. Oh, sehr gut. Muss ich doch, dass du jetzt eins raus hast. Ha, ich bin mehr. Du fliegst erstmal ein bisschen raus, ja. So, Moskau. Was haben die Moskauer hier zu suchen? Hubschrauber. So, erinnere mich voll auf mit der GS-O-Lets. Ich hab's ja gerade mal durchgespielt, wieder. Mit der GS-O-Lets 2 HD Collection. Ah. Ah. Konnte gut aufweisen. Ha, great. Ich weiß, Alter. Schiedsrichter. Der gelassene Schiedsrichter ist es. Ja, nichts wie der Tekken 3 Kasse. Sprecher. Okay, Dropkick. Bringt dir nichts. Das bringt dir mehr. Scheiße. Ah. Ah, ich wollte parieren. Ah, auch jetzt. Nein, dann wegzahlt er mich. Ah. Okay. Tekken wir heute aber nicht unterschätzen. Ja, nicht mehr mehr. Ich hab's doch gewusst. Dass du angreifst. Was? Mein Tekken ist so lang auf. Okay. Reden wir mal durch. Ha. Oh. Das war schlecht. Ja. Okay. Noch schnell. Ja. Zeig doch. Mit dem richtigen Moment. Ist ein sehr guter Trick. Das ist einer der stärkeren Tricks von der Ahsoka. Ich glaube, sechster Rang. Ich hab's nicht gerade dabei, das Lösungsbuch. Okay. Tengler noch einmal. Katsuya haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Außerdem. Wir wollen ein bisschen mehr Katsuya sehen. Mit blauen Augen. Aua. Rauchschmerzen. Ah. Keine Ahnung. Okay. Katsuya. Geht's ein bisschen auf wie Vegeta hier. Scheiß Vegeta. Ah. Perfekt. Okay. Vegeta hat uns. Das ist nicht wie Vegeta. Ähm. Katsuya. Das ist voll der Vegeta. Ah. Voll der Kanne. Oh. Sehr gut gekommen. Boah. Ja. Der hat sich hingekriegt. Weil der geht ja auch in die Mitte, ne? Ah. Kon... Kon hat's nicht geklappt. Okay. Ausgleich. Ah. Immer ausreichend. Gut. Der ist sehr gut in angstreicher Angriffen. Bisschen Angriffen. Wo der Geist halt ja auch ausreichst. Ah. Ich war zu langsam. Ich hab's schon gewusst. Der ist jetzt Mats. Ah. Das war zu früh. Okay. Da war meine Deckung offen. Bin noch nicht kaputt. Er ist aber. Haha. Mist. Aua. Ich bin noch nicht kaputt. Ich bin noch nicht kaputt. gemacht hat, ne? Oh, schon wieder, Peter. Ah, ich habe es doch geschaffen können. Nein, nein, nein. Probier's noch einmal, okay, Leute? Ich probier's noch einmal gegen Vegeta. Die Blitze ist kein normaler Mensch. Na gut, auch wenn Vegeta, der ältere Vegeta mehr Aufheuerangriffe macht. Naja. Da sei er, Shin. Prinz, wie geht er? Okay, da greift ein Block mal am Boden. Der hat sich daran gewöhnt. Ich kann wieder normal angreifen. Sehr gut, ne? Oh, das war sein eigener Fehler. Der hätte was dagegen machen können. Oh, das war jetzt mein Fehler? Okay. Wo ist das wieder? Ah, haha. Das kann ich nicht kommen. Aua. Oh, Mist. Okay, das war meine eigene Fehler wieder. Ah. Okay. Am Boden rammen. Sehr schön. Freunde, Frau. Ah. Gut, wieder Flickwirt machen. Und sein Kompos klappt auch nichts. Aha. Oh. Ha. So was soll. Flashgank. Was auch immer. Ach, ich sag, war denen immer Flashgank, okay? Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Der hört ab von der Frau, du Penner. Roll die feige Sau. Ha. Das war ja gut. Ich habe ja jetzt nicht voll gelesen. Wie geht er? Okay. Der zweite Tag, Leute, ist schon am Ende. Komm, ein dritter. Ja. Ähm, Martek. Ist das. Oh. Ne, Geon of Doom, oder was? Von Dragon Ball auf Flüssling wieder. Ja, ja. Was für eine Schauer hier. Okay, das war's. Perfekt sogar. Boah. Ich dachte, ich kann was jetzt dagegen machen. Bei einem Elzenangriff, aber... Nein. Okay. Ja, schon. Okay. Aua. So, gepackt. Ah ja. 2 zu 0. Scheint kein großes, ähm, Problem zu sein. Aber, es denken Leute, ich muss trotzdem aufpassen. Sonst, kriegst du wie hier eine Treffer und noch eine. Okay, komm mal. Nein. Verpasst. Und, konnte auch... Ah. Ha. 3 zu 0. Keine einzige Runde verloren. Okay. 11.600 Money. Ähm, Katsu... Ja, King... Mach mal, Katsuya hat mir gerade gehabt. Okay. Allerdings sind drei. Round 1. inspiriert von einem echten Wester ist das. Die Maske. Von Japan. Schätz mal, ne? Irgendeine Legende. Ja, ja, dann kommen wir bringen die auch nicht. Mach ich hier, meine hier nicht mit. Ah. Nächster. Au. Komm, der Angriff war das. Ha, ha. Ha, ha. Das war voll gut, die Konkurrenz. Aber ich wusste ja nicht, dass es zu gut ausweichen kann. Uh, das war H, genau. Auf die Haarsträhne. Der hat's auf meine Haarsträhne berührt, aber mich nicht selbst. Okay. Er greift da ein bisschen ein Schlager an der immer, ne? Ah. Ein bisschen Unlocking-mäßig ist das, diese Angriffen. Ah, der hätte ich was anderes machen müssen. Ah. Summersol ist ein Fehler. Ist er nicht Süferda? Ah, Süferda 5. Der hat auch keine Priorität des Summersol mehr. Ist er geil. Ist er geil. Scheiße. Uh. Ich bin nach vorne gelaufen, weil ich dachte, der macht seinen stärkeren Angriff, der unblockbar ist. Aber er hat noch mal gemacht. Er hat mich reingelegt. Ah, Mist. Ah, so war der auch ab. Ah. Okay. Ich probiere es noch einmal. Und du hast keine Löwenstimme. Und eine Löwenmaske. Okay. Das ist Swirsting-Regel, Und das muss bestraft werden. Komm her. Ach ja, kalt. Alles, kalt. Oh. Oh. Es ist schon kalt. Ah ja. Ah, diesmal hat es geklappt, hä? Es klappt halt nicht immer, die Haarstre... Haarmillimeter Ausweichmanöver, Das klappt halt nicht, ne? Fights. Ach, Mist. Aua. Ah, ich hab gekonnt, aber. Der will mich wieder ein bisschen bescheißen, ne? Okay, hat keinen Schlag Bewusstlosigkeit und steckt trotzdem ein bisschen ein, ne? Ah, diesmal hat er mich. Ja, ich hab dich, haha. Ich hab deine Blödsinn ausgenutzt. Was für ein schwacher, ähm, Strategie. Ah, Mist. Okay. Volle Konzentration. Ah, da war ich voll weit weg. Oh, es war gut. Nein, 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 oh, es war sehr gut noch. Ausgeholzt, voll kann er noch. Hat er jeden mir benutzt zum Schlagen. Am Schluss auch noch. Okay, bin I nein. Nein. Oh, Goldos, was? Ah, mein Azuka. Ja, nochmal der komische Komo, der voll gut ist. Ah, war ich wieder. Jetzt ganz Blackstone und verloren. Ah, letzte Runde war Geschenk. Das war Geschenk, meine Leute. Meine Binnen Abfänds, sage ich mal. Hier ist ja kein ADR, wo ich nur Kampfspiele mache. Gibt's ja überhaupt gar nicht in Deutsch. Gar nicht, keine Ahnung. Weiter. Superkick von Jean-Marcus. Swiss Chin Music. Ah, Schwede, bei Wurzluss. Da rechnen wir uns mal. Okay, Wurzball. Gerade Kämpferin ist Wurzball. Mühe in den Wern. Okay, Elbong. Hat nichts mit Wurzball zu tun. Oh. Bin Elbong. Noch einmal. Okay, 2 zu 0. Da ist ein gode in euch Kleidman. Und perfekt, ne? Ja, ha, 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 ha. Perfekt. Wieder 100. 11.300. Money. Ja, der Rücken. Der tut immer gut. Okay, das reicht erst mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.